Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal wieder mit dem Luxus-Ausstatter und wir schauen mal, was er diese Woche hat. Ein solider Rad-Freihaus. Meine seltenen und makellosen Haushaltsgüter werden euren Schuppen in einen Palast verwandeln. Ja, dann zeig mal. So, auch diese Woche geht es wieder viel um Siegel. Wir schauen mal. So, dann haben wir einmal Alinor-Podest-Schrein. Na, hatten wir denn nicht letzte Woche schon? Müssen wir mal gucken. Dann Alinor-Schrein-Ifre. Oh, ist hübsch. Dann Alinorischer-Schrein-Funaster. Dann Alinor-Schrein-Funaster. Kaltflammenschrein-Funaster. Genau. Das ist mit blauen. Ich glaube, Kaltflammen ist immer blau, ne? Dann haben wir Becken der Göttlichen. Dann haben wir Feuerschale-Drachenkopf mit Kaltflammen. Dann können wir jetzt die Siegel. Da haben wir Siegel-Kühneret. Da hatten wir ja letzte Woche schon einige. Siegel-Mahre. Siegel-Ständer. Dann Siegel-Zilter. Der Ambulz. Dann haben wir den Zockel. Ne, den hatten wir letzte Woche auch schon. Dann Zystrin-Feuerschale-Kaltflammen. Auch wieder so riesig, ne? Und Totenländer-Feuerschale. So. Das sind die Sachen, die der Luxus-Ausstatter diese Woche hat. Wie gesagt, sehr viele Siegel-Ständer. Den Ständer gab es ja letzte Woche auch schon. Ich hoffe, ihr habt was Schönes gefunden. Könnt mir ja gerne reinschreiben, was ihr geholt habt und wofür. Für welches Haus. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und ja, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Also bis dahin. Tschüss.